Ja und damit dann herzlich zurück. Wow, was für ein Start. Herzlich willkommen zurück zum Monster Hunter. Wir haben es letztes Mal nicht geschafft den High Rank zu erreichen. Ich glaube wir stehen aber so halbwegs davor. Wir müssten bei den Quests und da gucken wir doch einfach gerade mal rein. Guck hier, 5 Sterne Quests ab 6 Sterne wäre quasi High Rank. So viel denke ich wird da nicht mehr kommen. Und ich würde sagen zum Warmwerden heute machen wir hier eine Event-Quest, weil da sind auch sehr viele Low-Rank-Event-Quests dabei, habe ich gerade festgestellt. Und ich würde einfach mal mit diesem USJ, was das auch immer heißt, steht das da irgendwo? USJ ist stolz auf die aufregendste Attraktion aller Zeiten. Bestaune diese großartige Welt in all ihrer goldenen Glorie. Als Belohnung winkt am Ende fantastische Ausrüstung. Fantastische Ausrüstung klingt gut. Aber was USJ heißt, steht jetzt hier nirgends. Auf jeden Fall dachte ich mir, das ist ein Arena-Kampf. Tun wir doch drei Großjagras mal legen. Dann sind wir warm, dann haben wir uns ein bisschen eingespielt und dann suchen wir im uralten Wald die ersten Vivriana. Und gucken mal, was das damit auf sich hat. Beteiligung ist nicht Angriff M. Das hört sich gut an. Gibt es das vielleicht auch in Kombination mit mehr Leben oder so? Nee. Nee, gerade trotzdem. Angriff M. Nehmen wir. Die Großjagras sind jetzt per se ja eigentlich nicht so wild. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Event-Quests vielleicht ein bisschen anders ist. Könnte durchaus sein. Die sind manchmal wild. Oh, da sehen wir schon, wie wild sie sind. Da hinten ist ein super Kleiner. Hier ist ein sehr Großer. Fehlt da nicht ein Dritter? Da guckt er dort. Ach, der weicht ja noch weiter zurück. Na komm, dann machen wir mal. Und Angriff. Und wir sind direkt drauf. Alter, das ist schon klasse. So ein Riesenjagras. Der ist ja abartig groß. Man geht ja richtig auf seinen Felz da oben. Auf sein Fell oder was das auch immer ist. Unter. Oh, der kleine. Das ist wie so ein Mini-Jagras eigentlich. Oh, ich hab den getötet. Das ging aber flott. Ich hab jetzt erwartet, der Große, weil er größer ist, hat auch mehr Leben. So, wo ist ein 8D? Oh, guck mal da. Hat schon ein bisschen was vom König der Löwen gerade. Der kleine Simba bei seiner großen, bei seinem großen Vater. Der darf ruhig mal jetzt rauskommen. Ich seh den da drin ja gar nicht. Der ist so putzig. Dem müsste man jetzt noch ein Halsband geben, dann hast du so einen kleinen Jakras als Hund. Der war ja noch schneller down. Also der Große hatte wirklich mehr Leben. Okay. Okay. na gut dann gehen wir mal hallo sagen er ist ja trotzdem guck mal der ist ja auch nicht in seiner normalen größe es gab nur überdimensional unterdimensioniert und jetzt er ist ein bisschen kleiner als der normale ja das geht schief das war klar da bin ich viel zu weit abgetrifftet wo bist du da ist er diese kamera fahrt am ende die ist ja ganz nett wenn dann aber nicht der timer schon direkt losgehen würde mit dem herunterlaufen das war für die wand hier das schöne in rice ist ja das gibt sie auch in rice da kannst du dann immer noch über die wand rüber weil du halt die seilkäfer hast ne guck mal hier könnten sogar links da ist noch ein gründer kommt runter gefahren sehr gut so jetzt ist ja nichts besonderes dabei was für eine irreführende beschreibung dass sich das auf jeden fall lohnen wird kleine krone erhalte deine erste kleine krone für monster die bereits im niedrigen oder hohen dann erscheinen ach so okay weil ich natürlich den kleinsten und den größten jahr krass jetzt bekommen habe durch die quest vielleicht können uns die ersten sagen wo der sora magdaraus ist die schnulltruppe da sind zurückgekommen die geben wir grad mal wieder auf ihre safari oder wie das das hieß hier safari ne ja ja schnulltruppgutschein eine schmiede zeigen und sich überraschen lassen okay das ist so das ich denke mal wertvollste grad aus der ganzen safari aber es liegt halt auch daran dass die schnulltruppler noch gar nichts großartig können ne wenn wir hier mal gucken eine sammelquest wäre jetzt eigentlich am besten nehmen wir die hier vielleicht können uns die ersten viverianer sagen wo der sora magdaraus ist so gehen wir was essen und dann auf expedition werne im sowas in eff symptoms Attila angek auf Achso, der Kreis zeigt, wo ich bin Ähm, wo gehen wir denn hin? Wir gehen Ja, das sehe ich jetzt leider nicht In der Karte, Gebietskarte Nein, kann ich nicht Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Lager Weil ich meine zu wissen, wo wir hin müssen Dafür müssen wir hoch ins, ähm Ja, Rat hier an Rathalos Nest, wenn man so will Das ist ja eigentlich unbestimmt Du weißt, wie der Hase läuft Such nach Hinweisen Lass uns getrennt suchen Keine Angst, diesmal passe ich auf So So, die Strecke kennen wir ja jetzt Natürlich springe ich ab Falscher Knopf gedrückt Ähm Die Strecke kennen wir natürlich zu gut vom letzten Mal Als wir versucht haben, die zwei Weifern-Eiern Oder Weifern-Eier Hier runter zu befördern Boah, da war das anstrengend Ich bin so froh, dass wir das hinter uns haben Ich hab nebenbei auch ein bisschen Rise of the Switch mal ausgepackt Und mir dort die Event-Quests mal angeguckt Wollte einfach mal den Spielstand mal reinschnuppern Wie weit ich da denn war Ich hab eigentlich so gut wie alles im Hauptspiel gemacht Und hab mich gewundert Haben die nicht Updates rausgebracht mit, ähm Der neuen Monstern-Quests und so ein Kram Und tatsächlich muss man die erst bei seiner Katze abholen online Dass die im Menü auftauchen Als ich das dann rausgefunden hab, hab ich gesehen Oh, da gibt's ne Sonic Es sieht so aus, als hätten wir beide die gleiche Stelle gefunden Gibt ne Sonic-Quest Da muss man mit seinem Palamut 200 Sonic-Kringer So schnell es geht einsammeln Dann kann man seine, ähm Tiere Äh, ja Einkostümieren sozusagen In nem Sonic-Kostüm Deine Paliko-Katze wird ein Sonic Und der Hund selber kriegt ne Tails-Mütze Aber die muss man voll oft wiederholen Ein Rüstungsteil braucht um die, äh, vier Gutscheine Man kriegt eins bis zwei, hab ich bis jetzt immer gekriegt Also das ist nix, was man einfach mal so Einmal Quest machen und zu Ende Kommt der Rat hier an, oder? Der Rat hier an, ne? So grün Also der ist ja jetzt rot Ach, jetzt ist er rot Ja, ist Ratalos eigentlich männlich? Und ratieren dann immer weiblich? Ist das quasi so Menschen-Weibchen Rettungsmäßig, oder Sind die quasi Einfach nur Selbe Art Mit ähnlichen Namen Du bist voll fähig Das kannst du gar nicht machen So lang rutschen Hey Schau Gefunden Wer hat Kieselsteine auf seinem Gut Der erste Wifereianer sagt Ja Ihr möchtet wissen, wo die Bestie mit dem Berg aus Feuer auf dem Rücken zu finden sei? Hm Er füge über jenes Wissen Aber noch seid ihr dessen nicht würdig Nur wenn ihr ganz oben in der Nahrungskette steht Nur wenn ihr den Feuerweifern Oder Wifern Äh Und den gehörnten Wifern besiegt Welche den Wald und das Oetanheim suchen Und dann werdet ihr würdig sein Okay, also Ratalos jagen Und Diablos Nö Ich bin vorbereitet I'm always ready Hm Können jetzt hier lang gehen, ne? Können es aber auch sein lassen Wir gehen da jetzt den Weg wieder zurück Das macht mich kirre, dass die diese Symbole über dem Kopf haben Und man kann mit denen nicht reden Damit sind die zwei Charaktere doch völlig bedeutungslos Wenn ich mit denen nix anstellen kann So, gekritzelt ist hier noch mehr gekritzel Hier gibt's irgendwo Hier kann man irgendwo noch ein Lager machen Wir gucken Da ist es doch Das haben wir jetzt markiert Damit haben wir alle Lager im uralten Wald Und ich hoffe, wir können Durch Dass das jetzt nicht aufgrund dieser Situation kaputt ist Nee, wir können durch Oh, was machen wir da? Megatrank So Ich habe keine Bomben dabei Das hätten wir mitnehmen können Hätten wir jetzt schön die Wand kaputt sprengen können Hier Das kriegen wir auch hin Glaube ich Boah, ich glaube, die waren das noch Wie tust du die Klaue einsetzen? Das habe ich jetzt komplex Nicht im Kopf Das hat er doch irgendwie so Nein, so nicht Ein Kreis Oh shit Da wirft er mich ab Das will ich ja gar nicht Achso, meine Ausdauer war weg Da habe ich gar nicht so einen Blick gerade gehabt Und bye bye Komm, wir gehen mit runter Nein Das gibt es doch nicht Komm, wir machen eh runter Wir haben runter geschubst Das ist ja das Schöne Der nimmt ein bisschen Schaden Haben wir einen Schwanz erwischt? Ah, jetzt haut er ab Schade Okay Da nehme ich nach Das ist cool mit dem Wasserfall da oben Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er direkt ins Nest Gut, macht er nicht Ach so ein Mist Komm schon Boah Da macht er es mir jetzt aber auch schwer Oh, wie geil Oh, wie geil Ja Da könnte ich jetzt auch nichts mehr machen Schön, dass er so lange braucht sich zu besinnen Wenn er in Flammen steht Ich glaube, ich wäre ein bisschen schneller dabei So, jetzt ist er wieder irgendwo hin Was machen denn diese Türbekapseln? Ach egal Wir haben irgendwie Oh, warte mal Den hatten wir noch nicht Der ist hier in das Gebiet 10 wieder Ist das Aber eine Ebene höher Der ist hoch ins Nest, oder was? Oh Das hier gerade Die Käfer die ganze Zeit hin und her springen Ich sehe verwirrend Oh, das ist ja Oh, das ist ja Weiß nicht, ob die Kapsel was bringt, wie zum Beispiel, dass er kein Weiße-Flash-Fasser hat? Natürlich. Ich habe ihn so viele geflucht. Vielen Dank für's Zuschauen! Stopp ! Okay. 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 Let's just come to skip. Hello. Okay. 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 Ah, jetzt wird er wild. Und ich bin betäubt. Das könnte böse enden. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Oh, she flogged her. Okay, hauht er jetzt ab? Ja. Das war schon heftig gerade. War dreimal, ne? Dreimal zum Fall gebracht, dreimal die Kombi durchziehen können. Wo ist denn der Megatrank? Da ist er. So, warte mal, der ist ja jetzt nicht hier, der ist ja jetzt weiter hoch, ne? Ne, die Karte sagt, er ist tiefer. Der ist... runter, okay. Ich werfe gerne Steine auf seinen Kopf, also ist jetzt nicht so, dass ich das auch... Shit. Ich brauche auch die Rotkapseln, sonst klappt es nicht mit den Steinen. Frage ist, ob es überhaupt notwendig ist noch. Ja, dos. Boah, der ist ja ganz umgefallen. Ja, das ist... Ich brauche auch die T 턱. ... Das war's für heute. Oh, shit. Auf die letzten Meter fliegt er davon. Ja, Knochenhaufen. Das ist... Ich kotze so sehr. Ich hasse das. Das ist doch scheiße. Jedes Mal. Nein. Wir müssen an die Spitze ganz nach oben. Hi, Lissi. Schönen Feierabend, hoffe ich. Dann müssen wir runter. Und Urlaub sogar ab jetzt. Nice. Länger oder nur eine Woche? Eine Woche, okay. Okay. Musstest du zu Weihnachten auch arbeiten oder hattest du da auch frei? Weil die Januarwoche jetzt ist immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also ich würde mir da keinen Urlaub beispielsweise nehmen. Weil für mich sind irgendwie so die... Rund um die Feiertage. Da kann ich mir mit ein paar Urlaubstagen immer quasi eine ganze Woche gönnen. Deswegen bin ich immer verwundert, wenn ich jemanden höre, der sagt, ich hab in der ersten oder zweiten Januarwoche dann Urlaub. Da hat's da auch frei. Okay. Was Spezielles vor jetzt im Urlaub? Fährst du weg oder... Sonstiges? Och, nur Geburtstag ist gut gesagt, ne? Also ist doch ein guter Anlass. Zu seinem Geburtstag nicht arbeiten zu müssen, finde ich gut. Mach's schon oft gerne. Mach's mir auch gerne Urlaub. Boah, ist der Blutwitz. Guck'n, ob's das Ende ist. Schade. Ja, dann wünsche ich aber auf jeden Fall vorab schon mal alles Gute zum Geburtstag. Und, äh, ich hoffe dich, dass du dann auch schön feiern kannst. So, guck' mal. Wir haben die Quest jetzt erledigt. Wir nehmen jetzt hier noch die Knochen mit. Und dann heißt das ein Diablo legen. Uh, ist doch schön, wenn andere für dich den Geburtstag planen. Musst du auf jeden Fall Bahn fahren, ja? Veranstaltungsort halt. Klingt für mich jetzt aber auch erstmal viel versprechen. Also ich kann mir schon viele bunte Dinge ausmalen, was man so an Geburtstagen gerne machen könnte. Und ich sag' mal, wenn du dich um nix selbst kümmern musst, umso besser. Was, was sind die ganzen Klügelmchen denn jetzt gerade? Schleuderbombe. Ne, die brauch' ich ja gar nicht. Sweepern-Eye brauchen wir jetzt auch nicht? Wir gehen zurück. So, natürlich wieder, weil wir auf Expedition sind. Weniger Belohnung. Das ist das Einzige, was kacke ist hier an der Expedition dann. Wenn du da die Quest quasi reinkriegst in die Expedition. Dass du automatisch weniger Pony kriegst. Ja du, die Menge der Person ist jetzt, finde ich, nicht so wichtig. Ist halt, äh, die Zeit, mit der du, die Zeit, mit der du sie, den Satz nicht hinterst. Ist ja jetzt richtig doof. Wie lange ihr eine freudige Zeit habt. Findest du es gut, dass ihr so wenig seid? Feierst nicht so gerne. Ach, willkommen im Club. Da bin ich, äh, gleichgesinnt. Kampfweifern oder Flugweifern? Ah, Kampfweifern. So. Haben wir da irgendwas mittlerweile? Ja, Lager. Stimmt, das letzte Lager im uralten Wald. Können wir jetzt vorstellen, dass der Diablo gegen wasserempfindlich ist. Aber da haben wir noch, glaube ich, keine Auskunft drüber, ne? Diablos, Physiologie. Oh, doch, haben wir Eis. Oh je. Also Donner ist gar nicht so gut, nur ein Stern. Wasser. Oder Eis. Ich glaube nicht, dass wir eine Eiswaffe hinkriegen. Hm. Oh, was, doch, Ausrüstung verbessern ist ja meistens Legianer. Ne, Frostbeutel und Klaue bräuchten wir von der. Ähm, habe ich Eisborne schon gespielt? Ja. Tatsache. Ähm, aber auf dem PC oder auf der Konsole? Ich weiß es nicht. Ich habe, ich glaube eher auf, ich habe sogar auf beiden, ich habe es auf jeden Fall nicht besonders weit gespielt oder sagen wir mal durchgespielt. Ich habe bis zum ersten Drachen ältesten, der in Eisborne auftaucht, diesen komischen Vogel, was das auch immer für einer war. Den habe ich gemacht und danach habe ich irgendwann aufgehört. Mit dem Charakter, der ist ja von vorne jetzt, äh, habe ich natürlich noch kein Eisborne. Die Frage ist, machen wir Legianer nochmal? Kriegen wir das dann hin? Da gibt es vielleicht eine Event-Quest mit Legianer? Gucken wir mal. Vielleicht gibt es hier eine schöne Event-Quest. Da gibt es hier mal extra Belohnungen mit dabei. Oder sie sind großzügiger, sage ich mal. Dass die nicht als erledigt markiert ist. Die habe ich doch gemacht. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Das wummt mich mal jetzt aber schon, dass die nicht als erledigt markiert ist. Damit ich weiß, habe ich gemacht. Weil hier sind echt viele drin in der Liste. Das finde ich auch krass. Bei den Event-Quests kann man den Kirin schon machen. Den habe ich von der Story her noch nicht mal. Ne, hier ist kein Legianer dabei. Gut, dann gucken wir mal bei den Untersuchungen. Vielleicht haben wir da Glück. Wäre natürlich gut, wenn wir irgendwie sicherstellen, dass wir ein paar extra Ressourcen kriegen. Damit wir vielleicht, oder ich sag mal, hoffentlich kein zweites Mal machen müssen. Da haben wir einen Legianer. Markieren. Haben wir noch einen. Da wären noch mal. Da müssten wir sogar zwei besiegen. Hätte Legianer sogar weniger leben, weil wir zwei besiegen müssen. Nehmen wir auch mit. Hey, cool. Dann haben wir zwei Legianer-Quests mit extra Ressourcen. Dann haben wir zwei Legianer-Quests mit extra Ressourcen. Warum ist hier Belohnungsgeld unten links hoch? Zeitlimit 30 Minuten, okay. Hier kriegen wir halt... Aber da ist auch die Chance dabei, dass wir vom Tsitsiyaku die Materialien kriegen. Wir machen es hier. Da müsste es höher die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir hier vom Legianer das Material kriegen. Wir tun auch mal Gutschein nutzen, wenn es so viel Geld gibt. Das müssten wir ja rein theoretisch 21.000 oder 22.000 jetzt kriegen. Was gar nicht verkehrt ist. Weil wir das echt brauchen für die Talismane. Oder die Klauen oder... Ich weiß nicht, wie die Dinger mehr heißen. Oder waren es Beutel? Den Angriffsbeutel und den Verteidigungsbeutel hießen die so. Die kosten ja 36.000, meine ich, und... 26.000, 24.000 jeweils. Also... Jo. Da brauchen wir ein bisschen Kohle. Boah, der hat gerade mit seinem... Genauso wie ich geklungen, wenn ich aufstehe. Hey, Fußspuren ja, Kerben, nein. Oh, sogar eine Schuppe dabei gefunden. Das ist aber auch interessant. Erste Hilfe plus, sehr gut. Ich habe wieder einen Gleitermantel nicht mit. Ja, vielleicht fallen mir einmal ein O-Macht, dann nehmen wir aus dem Lager ihn mit. Hast du auch Rise gespielt, Dizzy? Oder hast du nur Monster Hunter World und Iceborne angezockt? Also hast du es angezockt? Ich meine, du hast durch, wenn du bei Iceborne warst. Da ist doch unsere Freundin. So. Gehen wir da mal Hallo sagen. Mit World angefangen und aufgehört. Okay. Ja, mit World hat mich das Spiel komplett gekriegt. Mit Freedom 1 und 2 damals auf der PSP habe ich angefangen. Habe aber nie den Ratterloss geschafft. Und da war dann für mich auch recht schnell natürlich Schluss. Und abgeholt hat es mich dann halt wieder mit World. Und das habe ich mir dann aufgrund zwei verschiedener Freundeskreise für Konsole und PC geholt. Wobei, ähm, für den PC habe ich es für mich selbst geholt, für die Konsole dann, wegen Freund, damit wir zusammen spielen konnten. Aber das Spiel ist ja abartig böse, wenn es darum geht, zusammen zu spielen. Vor allem die Story. Weil da immer einer schon mal die Story gemacht haben muss. Ah, er läuft doch nicht hoch, ich wollte doch runterrutschen. Oh, das ist aber gerade böse. Was machst du da für Sachen? Oh, wie geil. Das hat so gut geklappt. Da hat es... Ich habe... Ja, ich bin gefrostet. Natürlich. Ah, manche Kämpfe sind aber auch verflugt. Jetzt haut es ab, ne? Ich dachte gerade eben haut es schon ab. Aus irgendeinem Grund ist er aber stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich... Bin ich gut zu verstehen, wenn wir hier mitten im Kampf sind und das Monster brüllt? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich die Töne auf meinen Kopfhörern höre, dass ich dann doch am Ende ein bisschen zu leise bin. So, wenn wir Glück haben, ist der Zizi Yaku da unten. Und der wird dann den Legianer hoffentlich ein paar Mal blenden. Oh nicht. Ja. Nein. Ja. Du hast das gedacht, hast du nicht gehört. Das ist der Zizi. Ah. 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 Ja. Ja, das ist so Kacke, ich habe keine Glitzkapsel mitgenommen, Stefan Jetzt bleibt zu stehen Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann Wenigstens, das hat mal einmal freigeklappt Das war schön Ich weiß nicht, könnte man den Schwanz abschlagen bei der Legerna? Ich glaube nicht Wir haben das letzte Mal nämlich auch nicht geschafft Oh 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 So Oh 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 okay Ah, den Schwanz haben wir nicht erwischt. Schade. Nein, 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 nein. Oh, nee, ich muss nicht. Oh, direkt reingeflogen das Ding. Wie gut. Ich glaube, der Schwanz ist nicht abschlagbar so oft, wie wir jetzt gegen den geschlagen haben. Jetzt haben wir noch die Flügel gebrochen. Wir haben echten Schwein gerade. Okay, schade. Wir müssen jetzt mal gucken, das war hier ganz schön viel gebrochen. Ich krieg aber von meinen Käfern auch nicht gesagt, dass hier irgendwie Material rumliegt. Okay. 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 Ich denke jedes Mal, dass dieser Stein hier, wie beim, ähm, das ist er ja gar nicht. Ja, der Stein, dass da wie im uralten Wald ein Ausdauerkäfer die ganze Zeit drauf sitzt. Okay. 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 Dann kommen wir da ran. Dann müssen wir nicht alles hochklettern. Hier wäre auch nochmal einer gewesen, hätten wir nochmal ein bisschen Kletterzeit sparen können. Okay. 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 Das ist ein Mikianer. Der hat unten echt wenig Dings eingesetzt. Frostattacken, ne? Das ist nicht gut. Oh Gott. Jetzt ist es gut. Okay. Oh Gott. Das ist so sehr. Biet die Holt jetzt auch. Das bleibt doch mal an der Stelle. Boah die fliegen viel zu viel rum. Wir hätten echt Blitzkapseln gebraucht. Okay ich dachte die kommt angeflogen. Jetzt geht hier die Ausdauer. Nein. Oh das war knapp. Okay. Okay. Das war's für heute. Boah, das war hier jetzt aber wach. Viel zu wild am Ende. Viel zu wild. Wir brauchen Frostbeutel und Klaue, ne? Jetzt haben wir nur noch eine Schuppe. Noch eine Schuppe. Wow! Wir haben genau das bekommen, was wir brauchen. Jetzt hoffentlich die Belohnung. Ansonsten dürfen wir sie noch mal machen. Und die Schoße doch nicht an und lass es dann bleiben. Wo war hier noch was? Nee. Auf irgendeinem Grund glaube ich immer, dass hier oben noch ein Skelett war. Also ein Knochenhaufen. So, die Klaue haben wir. Und wir haben zwei Frostbeutel bekommen. Jetzt ist die Frage, wie viel Klauen haben wir gebraucht. Das habe ich nicht nachgeguckt. Na toi toi toi. Was das nur eine war. Jetzt noch der Diablos. Geisszahn-Wiefer. Ich glaube, große Monster ist einfacher. Oh, wir brauchen drei Klauen. Mist, wir müssen es noch mal machen. Na immerhin, wir haben den Frostbeutel schon mal. Ist also schon mal halb so wild das Ganze. Dass nichts größeres Problem ist. Wir müssen hier die Pulsarschotel noch mal machen. Und die können wir nicht direkt herstellen. Das ist ein bisschen traurig. Das heißt, wir müssen mit dem Knochenbaum wieder anfangen. Und nicht, dass hier uns Materialien fehlen am Ende. So, dann Elektro. In der Theorie wäre hier auch noch ein Baum. Genau, der Hornetau. Tobi Kadachi müssen wir auch noch mal machen. Ach. Es ist schon bitter. Ja, was man nicht alles tut für diese eine Waffe jetzt. Und das machen wir dann gleich weiter. Wir machen eine kurze Pause. Das VOD heißt es dann bis zum nächsten Mal. Und schön, dass ihr dabei wart. Also dann. Bye-bye. Schauper. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020